Ziel der Regio-Pädagogik ist, dass das Kind als eigenständige Persönlichkeit gesehen wird und dass die Kompetenzen des Kindes erkannt und gefördert werden. Die Regio-Pädagogik ist ein aus der Praxis kommendes Konzept und beinhaltet die damals neueren Lern-, Entwicklungs- und Sozialisationstheorien, unter anderem von Montessori, Piaget, Brunea oder Vigotzki. Es ist einfach so, dass die Regio-Pädagogik tatsächlich eine Form ist, die den Kindern und Mitarbeiterinnen wirklich sehr gerecht wird, die sehr nah am Kind ist.